Was geht ab Leute, sehen wir uns wieder da mit einem neuen Format und zwar dem FPS Breakdown. Wo ich mir immer die neuesten FPS mit euch anschaue und vielleicht entdecken wir gemeinsam interessante Sachen. Fangen wir an mit FPS Nr. 90. Die Frage 1 ist hierbei einfach nur ein bisschen vorgeplänkelt, deswegen überspringen wir diese gleich mal. In Frage 2 fragt aber jemand ob Nami während der Reise Weltkarten zeichnet und oder sagt ja sie macht es jeden Tag nach dem Abendessen. In Frage 3 fragt ein Leser ob Chopper sich in Milky verliebt hat und oder bestätigt dieses wäre doch genial nach dem ganzen Abenteuer zu sehen wie Chopper auf Soho lebt zusammen mit Milky und Sanji ist sicherlich noch alleine. In Frage 4 fragt jemand was dieses Krachen an den Haarspitzen von Cracker ist und wie seinen Mantel am Körper hebt. Oder sagt dass durch Crackers Entschlossenheit sein Mantel an seinem Körper hält und mit seinen Haaren wusste Oda am Anfang auch nicht wirklich was es sein sollte, es sah einfach nur cool aus, aber daraufhin gab Oda ihm den Namen Cracker wie ein Feuerkracher. In Frage 5 fragt ein Leser wieso das Sparaty in Kapitel 902 so riesig aussieht und Oda erklärt dass Kahn und Patty nun ihr eigenes Restaurant innerhalb der Barantie haben und diese 3 ergeben zusammen dann das fertige Seerestaurant BA-RA-TIE. Als nächstes fragt ein Leser wie Big Mom ihre Partner ausgewählt hat, ob sie auf Blind Dates oder ähnliches war. Doch wie es sich für eine Piratin gehört hat sie einfach die Männer gestohlen, Kinder gezeugt und die Männer dann wieder weggeworfen. Was eine Bitch man. Ihr Plan ist es einfach so viele Kinder wie möglich von so vielen Rassen wie möglich zu haben. In der nächsten Frage verregt ein Leser was wäre passiert wenn Big Mom den Kuchen nicht gegessen hätte? Hätte sie Hullkick Island zerstört und Oda sagt Hullkick Island wäre evakuiert worden, aber die Bewohner wären immer wieder zu Big Mom zurückgekommen, da sie alleine in der neuen Welt vermutlich nicht überleben würden. In der nächsten Frage wird gefragt ob Gerv Can aus Big Moms Kindheitsflashback die gleiche Frau wie auf dem Cover von Kapitel 901 die Piratin Gerv der neuen Riesenpiraten ist und Oda sagte klar, ja das ist die selbe Person, wer hätte es erwartet. In Frage 9 geht es um den Fotografen der Marine Achan und zwar sah man ihn in Kapitel 905 wo er morgen seinen Chef nannte und Oda bestätigte als Achan zum 57. Mal vergessen hat die Schutzkappe seine Kamera abzunehmen wurde er von der Marine gefeuert und heuerte bei morgen an, deshalb gab es also nie Fotos von Sanji, Geheimnis gelüftet. Frage 10 ist nur wieder ein bisschen Geplänkel, nichts nennenswertes. Ein User in Frage 11 fragt aber ob Odas Frau nicht wütend wird wenn er immer so perverse Fragen beantwortet oder sagt nur dass seine Frau dabei lacht. In Frage 12 wollte ein Mädchen das Oda perus peru Zeichen wie ein Name legt. What the fuck is wrong with you girl? Frage 13 ist einfach nur wieder Geplänkel. Aber jetzt kommt so langsam wird es nämlich spannend in Frage 14. Und zwar sagt der Leser Piraten 40 Jahre gab. Wenn er an diese Sachen denkt kommt ihm sofort Shacky in den Sinn. Haben Shacky und Rox eine Verbindung miteinander? Und hier sagt Oda nur Oh warum bringst du Sachen von vor ungefähr 30 Jahren? Ich weiß von absolut gar nichts. Hiermit haben wir die Bestätigung Shacky und Rox haben eine Verbindung zueinander. Wir haben es ja alle schon länger gedacht. Aber was mich wirklich vor einem Fragezeichen stehen lässt ist die Antwort von Oda. Der Leser sagte 40 Jahre oder antwortete mit etwas vor ungefähr 30 Jahren. Wenn wir uns noch an das Kapitel mit Nekomamushi und Marco erinnern. Dort sagte Marco sowas ähnliches und zwar in Bezug auf Hughels Mutter welche zusammen mit Whitebeard in einer Bande war. Marco sagte sie war auf dem selben Schiff wie Whitebeard vor 30 Jahren. Nein 40 Jahre ist präziser. Ich frage mich so langsam ob es mit diesen 30 Jahre nie 40 Jahre irgendwas auf sich hat. Wenn es jetzt schon im Chapter auftaucht und in der FPS. Und hier könnte man es als Hinweis deuten dass Oda vielleicht genau darauf ansprach. Wenn wir beide Fälle wo dies auftaucht zusammen nehmen könnte es bedeuten dass nicht nur Shacky mit Rox verbunden ist sondern auch Whitebeard und Miss Barkin auf diesem Schiff waren. Und wie Oda ja sagte gibt es eine lebende Legende welche eine Verbindung zu Whitebeard hat. Wäre ja schon episch. Eine Crew aus einer lebenden Legende Shacky, Whitebeard, Miss Barkin und wer weiß vielleicht ja sogar Big Mom und Kaido. Und als diese Bande sich auflöste entstanden so später die 4 Kaiser. In der nächsten Frage zeichnet Oda Sabo wie er mit 40 und mit 60 Jahren aussehen würde wenn die Story so läuft wie sie läuft oder wenn sie schlecht ausgegangen wäre. Also Sabo ein Royal geblieben wäre. Warum zur Hülle sehen alle Charaktere mit 40 aus wie Shanks? War ja schon bei Ace der Fall. Und mit 60 sieht Sabo aus wie eine Mischung aus Rayleigh und Akainu. Und wenn er in Royal geblieben wäre wäre er mit 40 ein hochnäsiger Snob und mit 60 alt und zerrüttelt. Oda hat auch Texte dazu geschrieben welche ich sehr interessant finde. Maybe. Zeigen sie uns vielleicht die Zukunft? Wer weiß. Mit 40 sagt er. Ist es nicht schön dass er frei ist. Wir wissen ja dass Ruffy ein Pirat sein wollte um frei zu sein. Aber noch interessanter ist was er mit 60 sagt. Da sagt Sabo nämlich. Du sagst der Stroot hat wieder Mist gebaut. Lass ihn einfach seinen Spaß. Dies könnte ich mir so gut vorstellen in einer Unterhaltung mit Corby. Wo dieser sich aufregt was Ruffy jetzt schon wieder angestellt hat und Sabo einfach sagt. Lass ihn doch seinen Spaß. Dies könnte darauf deuten dass Ruffy nach dem Ende von One Piece weiterhin Pirat bleibt und Sabo möglicherweise Teil der neuen guten Marine mit Corby, Smoker und so wird. Denn wenn die Revolutionäre die Weltregierung stürzen wird die Marine sicherlich nicht ausgelöscht. Sondern nur neu besetzt mit Leuten wie zum Beispiel Corby, Smoker, Akainu, Aokichi, Sabo, Koala und so weiter. In Frage 16 geht es um ein paar Kinder von Big Mom und wie alt diese sind. Den einzig interessanten finde ich den Kürbiskopf. Ist das eine neue Rasse? In Frage 17 erklärt uns Oda, dass Mondor die Buch-Buch-Frucht hat und aus ihm ein Buch-Mensch wird. Er kann Menschen in Proben verwandeln, mit Büchern fliegen und Leute in Geschichten versetzen. Opera hat die Creme-Creme-Frucht und sein Körper besteht aus Creme. Wer hat es erwartet. In Frage 18 geht es um die Hobbys von Hina, Smoker und Tashigi. Hina mag es Pferde zu reiten und in Clubs zu gehen. Smoker mag es ins Casino zu gehen und zu töpfern. Was? Ja, Smoker töpfert wohl anscheinend. Passt ja mal ganz klar. Muss man einfach so sagen. Smoker sieht aus wie so ein typischer Töpfer. Hab ich schon immer gesagt. Schon von Kapitel 1 an. Und Tashigi mag es Bücher über Schwerte zu lesen und Paper Cutting. Das ist eine Kunstform, wo man aus Papier schöne Formen schneidet. Bild füge ich euch irgendwo hier ein. Man könnte dies aber auch wieder mit Koshiro deuten, wo dieser ein Blatt schneidet ohne es zu spalten. War das vielleicht ein kleiner Hinweis hier so? Oh, schneiden ohne zu spalten eines Blattes Papieres. Oh, mein Hobby ist Paper Cutting. Wer weiß. Der Genius von Oda ist unbegrenzt. In Frage 19 sollte Oda Kinder von Crocodile, Mihawk und Doflamingo zeichnen. Nicht weiter spektakulär. Was haltet ihr von den neuen Infos und wie gefällt euch der FPS Breakdown? Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein kleines Abonnement. und wenn ihr schon dabei seid, vergesst die Notification Bell nicht. Ihr wollt keines meiner Videos mehr verpassen und immer wissen wann meine Livestreams online gehen? Dann folgt mir doch ganz einfach auf Twitter. www.twitter.com www.twitter.com